Hit me, baby, one more time. Ich muss durch den Mond zoomen. Hinter die Wand. Was geht? Was geht ab, Alter? Okay, sorry, ja, dann freuen wir uns halt nicht an. Wer ist hier? Nein, nicht dieser Killer. Ich mag den Killer nicht. Widerschauen und reingehauen. Ich sehe alles. Nein, hör um. Ich dachte schon, der will mich die ganze Zeit verfolgen. Hallo. Willst du mit mir befreundet sein? Ja, super, mach mal. Guck mal, nicht so wie die Kate, Alter. Ich sage der Kate Hallo und ignoriert mich einfach. Ja, jetzt liegt sie. Ja, ja, hast du es gesehen? Ganz genau. So, ich habe mal eine extra krasse Taschenlampe mitgenommen, weil ich gedacht habe, ey, Alter, irgendwie spüre ich es im Urin, dass ich heute richtig krasse Flashlights machen kann. Oder auch einfach nur den Killer blenden kann. Oder halt auch einfach nur mit der Taschenlampe blenden kann. Oder halt auch einfach nur die Taschenlampe benutzen kann. Ich weiß es nicht. Ja, wir machen den Jent kurz fertig. Und dann gehen wir retten. Wieso habe ich Kopfschmerzen? Das macht gar keinen Sinn. Ja, dann gehe ich mal retten. Auch wenn ich mit Kate nicht so befreundet bin. Und jetzt liegt meine Freundin. Tapiva, der Denker und Retter. Diese Runde geht jetzt in den Keller. Komm mit. Ja, was macht jetzt Geld hier? Oh, äh, Leute. Nein, ich muss, ich muss meine Freundin retten gehen. Sable Ward, Alter, komm. Lauf nach rechts. Super. Nein, ich muss, dass ich jetzt einfach Lightbone dabei habe. Nein, als ob der Killer jetzt einfach Lightbone dabei hat. Wenn ich die Ultra-Giga-Taschenlampe meines Lebens mitnehme. Ey, das ist mal so eine Freche. Das wäre so ein krasser Flashlightsafe geworden. Ja, dann bin ich halt nur mit Klickern beschäftigt. Komm her. okay das nicht getroffen kollege verstehen wir uns da er kommt aber ja jetzt muss ich die tatschlampe als so benutzen so zahlgehalten klicken und und so weiter nämlich verloren hallo das ist so eklig wirklich verdienen an der stelle widerschau ich kann meinen taschlampe sonst gar nicht benutzen das macht er so das war dumm nein es wird getunnelt ja er geht mir nach und hab nicht getroffen nein zarina lauf 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 naja das war jetzt kam er oder acht der prüfung dabei also ja er war nicht von schlechten eltern wer auch immer die eltern von dem ding sind okay wir machen es jetzt extra okay wir machen es jetzt extra schauen wir mal ob ich ihn für 16 bekomme bevor er mich schlackt okay ein bisschen zu viel gewollt ich hoffe du bist ja zauber teleportierst du dich ich check's nicht ey letzter gen stark ey als ich diesen für 60 gemacht habe ich habe mich so gefühlt als welche meiner prime was passiert mit kate da war die palette hallo das konnte ich jetzt nicht finden ja guck mal ich würde jetzt den hier machen aber es geht halt einfach nicht okay wir machen es jetzt so zarina gegeben unser bestes damit du entkommst körper war stark weil du warst auch ein bisschen stark die macht nicht den ausgang sie macht noch nicht den ausgang der dreh ist da hinten oder ich check nix ach komm ich fühle das nicht so wenn ich ehrlich bin okay ich habe ne idee ich habe ne idee ich habe ne idee ich habe ne idee ich gehe zum ausgang ich öffne den ausgang rette salina und entkomme da ja ich will das gar nicht so das kriegen wir hin okay so das machen wir jetzt mal ganz kurz okay wird sie mich retten sie rettet mich du bist ein engel nein lauf 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 wenigstens du raus stark ja ich kann verstehen dass du mich nicht magst meine damen herr ich hoffe euch hat die runde gefallen schade ich würde sagen wir sehen uns nächste auch wieder kuss kuss kuss